herzlich willkommen bei einer neuen folge clash royale mit mir dem torsten heute mal wieder eine folge von diesem leidigen spiel irgendwie der titel hat es ja schon verraten bin ich irgendwo gefangen in arena 7 ich gehe nicht hoch ich gehe nicht runter ich weiß nicht woran das liegt ich habe erst eine kronentruhe er spielt habe alle plätze frei und würde sagen wir gehen auch gleich rein einem klick auf kämpfen und wir spielen die aktuelle arena mit meinem aktuellen deck gegen ein level 8 gegner ich habe mein deck umgestellt ihr werdet das gleich noch mal sehen wir haben aktuell so ein bisschen episch drin wir haben so ein bisschen was normales drin und muss jetzt allerdings sehen ich kriege jetzt schon wieder die krise weil dieser flung der nervt mich jetzt schon wieder so ein bisschen ab muss ich sagen da weiß ich nämlich noch gar nicht wie ich mich gegen so ein honk überhaupt wehren kann hier ich glaube ich blitze den einfach mal und das ist echt also der haut mir alles weg hier muss ich jetzt schon mit den jungs hier rein das haut er mir auch weg super jetzt kommt auch noch so einer dazu ich hoffe dass ich dass er nicht noch mal schießt super okay das habe ich gepackt meine herren das ist nämlich gar nicht mein ding dieser flung die und gerade jetzt in so einer folge möchte ich natürlich nicht verlieren sondern nein ich möchte einfach nur gut spielen so muss man sagen so wir gucken mal ob wir hier so ein bisschen unseren hock zumindest durch kriegen hauen hier noch mal gut rein dass der schon mal an den turm geht das hat richtig gut richtig scheiße funktioniert das hat er sich jetzt auch gedacht dass er hier nämlich mit mit wut reinkommt und der lässt natürlich gleich noch sein böhmchen fallen okay das war schon für unseren turm ja grenzt du ruhig okay das macht mir aber nichts wir spielen hier munter munter weiter und ich gucke mal da kommt er schon wieder mit diesem flung hier also ich hasse den echt muss ich mal wirklich so sagen so mal sehen ob wenigstens meine kleinen mini lakys daran kommen kommen die natürlich auch nicht und jetzt muss ich tatsächlich ich muss dem mit dem hock ablenken damit ich den flung hier kriege er konnte jetzt damit okay dann gucken wir mal ob wir hier irgendwo damit durchkommen das hat er natürlich eine echt unmenge an skelette kommen wir lassen ihn jetzt mal gewinnen hier der flung die kaputt machen toll okay das hat super funktioniert gegen das ding weiß ich echt nicht was ich machen soll minus 28 pokale ja sauber aber noch einen hinterher und vielleicht gewinnen wir ja auch mal eine partie mit dem deck ihr habt gesehen ich habe so ein bisschen die elite barbaren drin den hock und vor allen dingen wutzauber den habe ich bis dato noch nie benutzt den wutzauber bisher immer nur blitz den knall und die pfeile habe da also nicht wirklich die erfahrung mit aber ich habe mit diesem weg schon ein paar pokale gemacht also es ist jetzt nicht so dass das deck irgendwo schrott ist oder so es ist nicht dass das hyperdecker keine frage aber es ist jetzt auch nicht so dass deckt was so ultra holt und so wir gucken mal dass super folge ja das klappt richtig gut hier mein gegenstoß ist auch richtig stark sehe ich gerade richtig klasse gemacht und da freue ich mich dass ich so vorgehen konnte hier nämlich dass ich bisher noch nicht einmal in turmnähe überhaupt bei ihm war das ist echt suboptimal mal gucken ob ich jetzt so ein bisschen was rumkriege mit mein hock in wut das wäre nicht schlecht jetzt kommt zweimal einmal drauf naja das war jetzt nicht so das super super dick ok da müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen die wächter ich weiß gar nicht ob die sonn ob die sonn magier hier schaffen aber ich komme auch nicht wirklich in turmnähe zu ihm und ich denke mal das wird wieder nichts mit meinem truenplatz das ist echt leidig dass ich hier nichts gebacken kriege jetzt geht er schon auf meinen zweiten turm da keine frage ich gehe natürlich auf seinen ersten turm und oh 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 ja danke auch super echt klasse da müssen wir da mal mit rein und hoffen dass die die jetzt weg machen und hier noch mal ein knall setzen oh der knall war scheiße der war nämlich auf den turm ähm und der sollte eigentlich die kleinen skelette treffen ok das ist alles suboptimal gelaufen hier dieser komische bombenschmeißer muss natürlich weg den muss ich aus der luft machen und ähm dann muss ich hier noch mal so dran geht nicht anders ich muss noch mal Wut hier reinhauen der schweinereiter muss da irgendwie durchkommen oder von mir aus auch die hexe aber beide schaffen es irgendwie nicht und ähm dann denke ich mal muss ich noch mal mit meinen elite leuten gekontern dann müssen die beiden zurücklaufen die müssen hier auch noch mal durch blitzen gut der war nicht schlecht wir hauen noch mal in Wut rein das hat gar nichts gebracht einen Turm verloren ok ähm letzter Versuch in dieser Folge das muss ja mal klappen schon wieder Pokis verloren ich bin tatsächlich jetzt kurz vor 6 ähm das ist echt scheiße das ist blöde das ist eine ähm doofe Folge aber es ist mir jetzt auch egal gegen einen Level 7 Gegner hoffe ich dass da ein bisschen mehr zusammenkommt zumindest bekomme ich jetzt genau die Sachen hier ins Deck die ich auch mal zu Anfang brauche ja aber ihr seht schon wieder selber Alter der ist schon wieder mit dem Flungi dabei nein 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 das geht gar nicht meine Herren und ich weiß schon wieder nicht wie ich mich gegen den wieder wehren soll ähm aber der schießt ja glaube ich nicht ähm auf Lufttruppen ok das habe ich mal erfolgreich abgewehrt der Magier ist auch weg und ich gehe ähm ganz gewohnt auf den rechten Turm links brennt noch nicht so viel an äh die machen zwar jetzt oh die machen jetzt ein bisschen mehr oh ey das hat gerade geleckt hier wie blöde ja ihr seht selber ey das gibt es doch gar nicht so viel Scheiße in einer Folge das kann es jetzt echt nicht sein meine Herren also es ist das ist ja jetzt schon wieder zum verzweifeln ähm jetzt muss ich hier einmal neu rein connecten um die Verbindung nochmal aufzunehmen aber ich denke mal das Ding haben wir auch verloren oh das hängt hier keine Karte ausgewählt ja wie soll ich denn auch eine Karte auswählen ähm wenn ich hier hänge ja ihr seht selber hier geht jetzt gar nichts mehr das ganze Ding hängt hier ich muss es einmal neu komplett starten und äh mal gucken ob ich überhaupt noch Netzwerkverbindungen habe also das ist ja eine Katastrophenfolge und äh okay die Folge wird länger ich gebe nicht auf ich will nämlich auch nicht absteigen in Arena 6 sondern ich möchte jetzt unbedingt mal ein Spiel gewinnen aber wie selber wenn man es erzwingen will es klappt nicht es klappt einfach nicht wir nehmen die Barbaren mal und ähm hauen hier gleich mit unserem Hock und dem Wut rein dem Wut Mensch der kostet nur oh nein jetzt habe ich den auch noch verpeilt oh das ach so oh Mann oh 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 Mann ey das ist ja echt der Hammer der Gegner lacht sich jetzt wahrscheinlich gerade ins Fäustchen aber ich glaube das äh leckt ihr jetzt zu stark das ähm das wird hier ja mal gar nichts das ist echt eine spaßige Folge sicherlich für euch ihr lacht euch wahrscheinlich gerade fürchterlich in Grund und Boden ähm was ich hier an Clash Royale spiele das ist echt nicht mehr feierlich und ähm wir lassen ihn jetzt durchraschen 2041 hat mein ähm Rathaus nur noch ja mal gucken ihr seht selber wenn ich die Truppe setze wie lange das dauert bis die raus ist also das ist das ist hier echt ein ganz fataler Leck ähm das geht gar nicht ich kriege hier jetzt auch gar nichts mehr richtig gepusht warum auch so da knallen wir mal dann hauen wir die beiden Feuergeister hier mal als Nachwut mit rein die gehen ja zumindest auf beides und ähm er kommt hier natürlich jetzt auch mal mit so ein paar Elite-Barbaren da muss ich äh kurz mal kontern aber die laufen hier so durch Verbindung verloren ich habe keine Lust mehr muss ich sagen das äh nervt mich jetzt echt schon wieder ein bisschen ab ich höre jetzt auch auf mit der Folge mache morgen eine neue und äh vielleicht gewinne ich ja morgen ich würde sagen bis dahin euer Toto der versucht hat Clash Royale zu spielen ihr dass die 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 das das